Das Landgericht Mühlhausen verhängt jedes Jahr gut 50 Räumungsurteile. Knapp zwei Drittel davon werden durchgeführt. In den anderen Fällen einigen sich Vermieter und Schuldner vor dem Räumungstermin. Im heutigen Fall allerdings erscheint die ehemalige Mieterin nicht einmal während ihrer Wohnung ausgeräumt wird. Wenn sie kommt, findet sie eine verschlossene Tür, weil das Schloss gewechselt ist, die Wohnung ist leergeräumt, die ist besenrein. Sie kann sich dann bei mir melden, damit sie sich ihre Sachen wieder abholen kann. Ansonsten, wenn sie woanders hin ist, muss ich halt gucken, dass ich sie wiederfinden kann über die Daten vom Einwohnermelderamt am besten. Denn trotz Räumung ist die junge Frau nicht von der Pflicht befreit, ihre Schulden zurückzuzahlen. In Mannheim steht für Frank Theiß heute ebenfalls eine Zwangsräumung an. Der Gerichtsvollzieher soll die Wohnung an den Vermieter übergeben, allerdings ohne sie zu räumen. Um Vorwürfen, dass etwas entwendet wurde, zu entgehen, begleiten ihn zwei Zeugen. Heute sind Spediteurin Rina und Sicherheitstechniker Christian dabei. Außerdem warten zwei Gläubigervertreter vor Ort. Wollen wir mal anfangen. Hat schon jemand geklingelt, wahrscheinlich nicht? Nee, wahrscheinlich nicht. Wir klingeln jetzt erstmal beim Schuldner, um festzustellen, ob er zu Hause ist und eventuell freiwillig öffnet. Falls nicht, haben wir eventuell einen Schlüssel dabei. Für die Haustür haben wir einen Schlüssel, für oben nicht. Dafür haben wir den Schlosser dabei. Der macht uns dann die Türe auf und dann schauen wir weiter. Oh, es ist aber jemand da. Die Schuldner, eine Familie mit kleinen Kindern, haben seit Monaten keine Miete gezahlt. Schönen guten Tag. Heute ist Räumungstermin. Heute ist Räumungstermin. Sie müssen heute aus der Wohnung raus. Warum sind Sie denn noch da? Okay. Die Schuldnerin möchte nicht erkannt werden. Noch ist sie nicht ausgezogen. Hinter verschlossener Tür macht Frank Theis ihr klar, dass sie jetzt gehen muss. Heute Morgen ziehen Sie aus. Deswegen haben Sie ja den Termin. Um 9 Uhr ist die Wohnung zu räumen. Der Gerichtsvollzieher telefoniert mit dem Freund der Mieterin. Hallo, Theis hier, Gerichtsvollzieher. Die Räumung findet jetzt statt. Das heißt, Sie müssen aus der Wohnung raus. Ja, das müssen Sie mit dem Gläubiger klären, ob das heute noch klappt. Ja, aber... Ja, das ist richtig. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass jetzt die Räumung stattfindet. Niemand? Schauen wir mal. Ja. Die Situation war so, dass die Schuldner dachten, sie hätten jetzt noch Zeit, die Wohnung zu räumen. Sie sollten das bis heute nachmittag um 17 Uhr noch durchführen. Aber Räumungstermin ist 9 Uhr. Und deswegen ziehen wir das jetzt durch. Sie müssen die Wohnung verlassen. Können allerdings einen Termin noch machen mit einem Gläubiger, um dann später die Sachen abzuholen. Also dazu haben sie vier Wochen Zeit. Ab heute. Und dann schauen wir mal. Jetzt ist auf jeden Fall erstmal Ruhe. Wenn ich die Fälle, die ich erlebe, an mich ranlassen würde und mich nach Hause nehme, dann wäre ich nach 10 Jahren kaputt. Das funktioniert nicht. Natürlich macht man sich Gedanken über das eine oder andere. Deswegen hilft man auch, wo man helfen kann. Aber das alles zu seinen eigenen Problemen machen, dann wäre das der falsche Beruf. Dann könnte ich es nicht. In über 20 Berufsjahren als Gerichtsvollzieher hat Frank Theis mehr als 200 Wohnungen räumen lassen. Der Ablauf ist in vielen Punkten Routine. Ich schaue mir jetzt die Wohnung mal an. Erstmal so der erste Augenschein, was noch alles so in der Wohnung ist. Es wird aber auch noch Fotodokumentiert und auch aufgenommen ins Protokoll, damit halt nicht hinterher heißt, oh, ich habe noch, keine Ahnung, Gold hier liegen gehabt oder ein Rembrandt oder sonst irgendwas. Also das ist jetzt die erste Bestandsaufnahme sozusagen. Hier ist gar nichts drin. So, ihr könnt jetzt anfangen von mir aus hier. Macht so viele Fotos wie möglich, weil der Schuldner vorhin gesagt hat, er hat noch wertvolle Sachen hier drin. Ja, keine Ahnung. Deswegen, ich bin dann nur sensibilisiert dafür, dass man halt genauer hinschaut. Vielleicht sind das alles echte Brillanten da im Spiegel, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Dann bauen wir sie aus und prüfen. Genau, richtig. So machen wir das. Jetzt kommen die Zeugen, Spediteurin Rina und Sicherheitstechniker Christian zum Einsatz. Sie fotografieren und dokumentieren alle beweglichen Gegenstände. Ist die Beweisaufnahme abgeschlossen, wird das Schloss der Wohnungstür ausgetauscht. Den Schlüssel bekommt der Vermieter. Das ist bei den Schuldnern nicht immer gern gesehen. Also ich habe noch nie ein Problem gehabt. Mein Kollege hat schon einen etwas größeren Hund hingetragen gehabt. Aber das war es eigentlich soweit. Sie müssen die anderen Angst haben, wenn du kommst, ne? Richtig. Sie frisst ja alle auf. Bei solchen Einsätzen hatte ich erst einmal. Im Fall, wo sich dann jemand körperlich gewehrt hat, man weiß nie so genau, was kommt. Wenn man Öffnungen macht bei Verhaftungen und so weiter, denke ich, ist die Gefahr ein bisschen größer. Aber auch da ist bisher noch nie wirklich was passiert. Obwohl tatsächlich immer wieder mal was passiert. Mir bis jetzt noch nicht. Auch diese Räumung verläuft ohne Zwischenfälle. Die Mieterin und ihr Kind haben das Haus mittlerweile verlassen. Sie können ihr Eigentum in Absprache mit dem Vermieter noch am Nachmittag abholen. Auch in Mühlhausen in Thüringen steht eine Zwangsräumung an. Die Zwei-Zimmer-Wohnung soll leer an den Vermieter übergeben werden. Für Obergerichtsvorzieher Thomas Riesner ist auch hier ungewiss, wird er die Schuldnerin antreffen oder ist sie längst über alle Berge? Guten Tag, Riesner. Gläubiger Vertreter und ein Schlosser begleiten Thomas Riesner. Wollen wir mal gucken. Ob die Schuldnerin öffnet? Falls nicht, bricht der Schlosser die Tür auf. Das regt sich nichts. Ich bin bereits angekündigt. Aber es sieht so aus, als wenn niemand zu Hause wäre. Das ist häufiger so, dass jemand nicht zu Hause ist, wenn ich zur Zwangsräumung hier auftauche oder prinzipiell auftauche. Gut, gehen wir mal gucken. Im dritten Obergeschoss. Die 33-jährige Mieterin hat 10 Monate lang keine Miete gezahlt. Inklusive der Verfahrenskosten sind 2200 Euro Schulden aufgelaufen. Ob sie vielleicht doch öffnet und sich so weitere Kosten erspart? Der Strom ist offensichtlich abgestellt. Die Klingel funktioniert nicht. Es hört niemand. Ich denke, es ist niemand zu Hause. Das heißt, der Schlosser öffnet die Tür. Ich habe damit letztendlich kein Problem. Die Leute wissen vorher, sie haben letztendlich einen Verstreckensbescheid kassiert. Sie sind verurteilt worden, wo sie letztendlich eindeutig darauf hingewiesen worden sind, dass sie zu zahlen haben. Wenn er das nicht tut, muss er letztendlich mit der Konsequenz leben, dass ich vor seiner Tür stehe. Bitteschön. Danke. Oh, hier riecht es sehr streng. Scheint schon immer jemand hier drin gewesen zu sein. Aber die Reste hat sie hier stehen lassen. Die selber ist weg, aber hat alle Reste gehielen gelassen. Die Mieterin hat die Flucht ergriffen. Kein Einzelfall. Was von ihren Hinterlassenschaften wohl den strengen Geruch verursacht? Ach, wir müssen ein Fenster aufmachen. Boah, stinkt ja fürchterlich. Es riecht nach Abfluss, oder? Es hat hier auch ein Terrarium. Die Siffung ist so trocken. Aber es scheint nichts drin zu sein. Außer es liegt was unter den Steinen. Na, hoffentlich ist nichts mehr drin. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Mieter sein Haustier zurücklässt. Doch, da oben. Da oben sitzt was. Da müssen wir die Tierrettung anrufen. Wer weiß, ob das noch lebt. Doch, das lebt noch. Das krass weht da hinten. Eine Echse. Ein Gekko ist es nicht. Echse, Echsenarzt. Scheint doch die einzige zu sein. Ja. Kein Wasser mehr drin, nur noch Rester vom Essen. Wie in einem solchen Fall empfohlen, ruft der Obergerichtsvollzieher die Polizei. Riesner Gerichtsvollzieher vom Amtsgericht. Guten Tag. Ich bin bei einer Zwangsräumung hier in Mühlhausen am B***er. Ich habe ein Terrarium gefunden. Da ist eine Echse oder sowas drin. Ich bräuchte da jemanden von der Tierrettung oder vom Tierheim. Können Sie mir da weiterhelfen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Auf jeden Fall lebt sie noch. Die ist so 20, 30 Zentimeter lang. Braun, gestreift. Auf jeden Fall lebt sie. Und ich kann auch nicht sagen, ob noch mehr Viecher da drin sind. Ich bedanke mich. Gut, ich habe jetzt die Polizei angerufen. Die schickt mir die Tierrettung, die sich dann letztendlich um das Tier kümmern werden. Denn ich kann nicht so richtig sagen, was das überhaupt ist. Ich habe schon mal einen toten Hund gefunden, der leider verdurstet oder verhungert war. Das ist natürlich nicht in Ordnung, wenn einer seine Tiere zurücklässt. Dann soll er sie vielleicht doch lieber ins Tierheim bringen. Ja, das stimmt definitiv. Ich meine, die Tiere können ja nichts dafür, ne? Das ist letztendlich Tierquälerei. Das ist Straftatbestand. Gut, die Polizei ist informiert. Die wird jetzt die Tierrettung schicken. Und dann wird die letztendlich weitersehen. Und so lange kann die Wohnung nicht verschlossen werden. Thomas Riesners Zeitplan gerät aus dem Takt. In Mannheim ist Gerichtsvollzieher Frank Theis währenddessen mit einem Zwangsvollstreckungsbescheid unterwegs zu einem Schuldner. Jetzt habe ich hier einen Auftrag. Da ging es um Warenlieferungen, die nicht bezahlt wurden. Auch wieder so 360 Euro. Ein Herr diesmal. Ja, da müssen wir mal schauen, ob er nicht vielleicht doch zahlen möchte. Parfümerie Douglas. Wer gut riecht, kann auch zahlen. So, steigen wir mal aus. Konsumgüter, die auf Pump gekauft werden, sind einer der häufigsten Gründe, warum Menschen in die Schuldenfalle geraten. Wo haben wir ihn denn? Da ist er doch. So wie ich das gesehen habe, ist das hier so eine größere Bestellung bei der Parfümerie Douglas gewesen. Mehrere Kleinigkeiten, aufsummiert kommt man dann über 300 Euro. Aber offensichtlich vergessen zu zahlen. Und deswegen müssen wir mal dran erinnern. Eine teure Erinnerung. Denn Mahn- und Gerichtskosten muss der Schuldner zahlen. Ich finde das immer ganz eigenartig. Die meisten sagen, sie sind Arbeiten. Aber das mit den Rechnungen funktioniert nicht so richtig. Nee, da haben wir wieder keine Chance. Ein letzter Versuch. Frank Theis klingelt bei einer Nachbarin. Ja, schönen guten Tag. Theis, mein Name, Gerichtsvollzieher. Ich möchte eigentlich zum Handy. Wissen Sie, ob der zurzeit ... Ah, alles klar. Also schon länger nicht. Ja, schon länger nicht. Aber nicht ausgezogen. Okay, wunderbar, danke. Ja, wie ich befürchtet habe, ist der Schuldner im Urlaub. Das Wetter passt. Der Geldbeutel anscheinend auch. Nur die anderen müssen aufs Geld warten. Ich werde dann versuchen, in vielleicht 2, 3 Wochen nochmal den Schuldner zu besuchen beziehungsweise einen Termin zu vereinbaren, ihm den schriftlich mitzuteilen, dass er sich mal zu mir ins Büro begibt. Weil so komme ich jetzt erstmal nicht vorwärts. Auch wenn Frank Theis oft mehrere Anläufe nehmen muss, bis er die Schuldner antrifft, Gerichtsvollzieher ist sein Traumjob. Während der Beruf früher nur über eine Weiterbildung erlernt werden konnte, gibt es heute auch einen Bachelorstudiengang. Das Reizvolle an dem Job ist eigentlich diese selbstbestimmte Arbeiten, die komplett freie Einteilung, das Arbeiten mit Menschen. Man kann ja auch hilfreich sein, man ist ja nicht nur immer der, der draufhaut. Obwohl man das natürlich auch hin und wieder machen muss. So insgesamt ist der Job halt sehr abwechslungsreich, spannend. Und das motiviert mich jeden Tag aufs Neue. Der nächste Auftrag des 52-Jährigen kommt von einem Energieversorger. Der Schuldner hat seine Abschläge nicht gezahlt. Vor Ort warten zwei Zeugen, die ihn immer begleiten, wenn Zähler abgestellt, Wohnungen geräumt oder Haftbefehle vollstreckt werden. Hier haben wir eine Zählersperrung. Ein Stromzähler soll gesperrt werden. Hier wurde halt länger kein Strom bezahlt. Nachdem die Aufforderungen und die Zwangsverschreckungen da am Anfang bzw. die Aufforderungen zur Zahlung nicht gefruchtet haben, hat der Gläubiger sich jetzt entschieden, den Zähler sperren zu lassen. Und dafür bin ich heute da. Mitarbeiter vom Gläubiger bzw. Beauftragte sind auch da, weil die Zählersperrung mache ich nicht selber. Das müssen Fachleute machen. Ich habe mehrere Leute, die ich jeden Monat hingehen muss, zum Abstand. Ich habe wirklich Stammkunden drin, die regelmäßig bezahlen. Aber es geht meistens nicht um die Hartz-IV-Leute oder sowas. Es geht meistens um die Leute, die Geld haben, die nicht bezahlen wollen. Ich habe viele Restanwälte, Zahnärzte, Ärzte dabei und so weiter. Und das ist meistens der schlimmste Fall. Und warum zahlen die nicht? Weil sie es nicht brauchen, weil ein bisschen Strom kommt. Ja, das steckt durch. Und dann brauchen wir sich nicht drum kümmern. Aber bis der Bösemann vor der Tür steht, dann sieht es anders aus. Ab 100 Euro Schulden kann der Strom vom Versorger abgestellt werden. So, da sind wir. Schön gut. In diesem Fall sind es mit Gebühren bereits 650 Euro. Damit es nicht noch mehr werden, vereinbart Frank Theis eine Ratenzahlung mit dem Schuldner. Wenn Sie sagen, die 40 Euro von ALG 1 kann ich zahlen. Von mir aus, wenn es jetzt halt noch mal zwei, drei Wochen dauert, ist mir das, ja genau. Ja, da bist du ein bisschen anders. Lieber die Sachen, die wichtiger sind. Das ist halt Miete, Strom, Gas und Gas ist momentan nicht so wichtig. Aber trotzdem, ja, dann lieber so und dann die Vermögensauskunft leisten. Mache ich das jetzt so? Ja, also nicht nächste Woche kommen, sondern die Woche drauf. Okay, dann mach ich Bescheid. Okay, das heißt. Danke, bis dahin. Die Zählersperrung war jetzt überhaupt gar kein Problem. Der Schuldner hat ordentlich mitgewirkt. Er wusste jetzt auch, dass der Fehler bei ihm lag. Er ist zwar, sag ich mal, ein bisschen unverschuldet in die Sache reingerutscht, weil sein letzter Arbeitgeber seinen Lohn nicht gezahlt hat. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, wenn man mit zwei, drei Monaten kein Geld bekommt. Dann wären solche Sachen wie Stromzahlen und so weiter schon schwierig. Obwohl ich mal davon ausgehe, dass die Zahlungen jetzt länger als drei Monate nicht gelaufen sind. Aber so kommt immer eins zum anderen. So ist es halt. Im thüringischen Mühlhausen ist Obergerichtsvorzieher Thomas Riesner nicht nur mit einer Menge Müll, sondern auch mit Tierquälerei konfrontiert. Eine junge Frau mit Mietschulden ist ausgezogen und hat ihre Bartagame zurückgelassen. Die Feuerwehr ist bereits auf dem Weg, um das Tier zu retten. Wir haben die Möglichkeit, die Tiere zu transportieren. Aber wir müssen jetzt erst mal gucken, wo werden sie untergebracht. Bei so Tieren ist es halt nicht ganz so einfach. Wir müssen im Tierheim mal nachfragen, ob die eine Möglichkeit haben. Oder die würden sich eben dann auch weiterhin kümmern, suchen, wo wir die jetzt unterbringen können. Also ein Tier zurückzulassen und letztendlich sich selbst zu lassen, ist nicht in Ordnung. Das ist nicht das erste Mal, dass ich sowas erlebe. Letztendlich sind die Tiere zum Tode verurteilt. Das tut man einfach nicht. Feuerwehrmann André Thon erkundigt sich beim örtlichen Tierheim, ob das Tier dort aufgenommen werden kann und wie es transportiert werden muss. Danke für die Information. Tschüss. Kann die auch beißen? Der kann sicherlich auch beißen. Das kann ich so genau gar nicht sagen. Das ist ein wechselwarmes Tier. Wir werden recht vorsichtig damit umgehen. Jetzt ein paar Handschuhe anziehen und den behutsam dann umsetzen in den Behälter. Gut. Für André Thon gehört auch die Rettung verlassener Tiere zum Alltag. Leider. Entsprechende Hilfsmittel wie Kescher, Handschuhe und Boxen hat die Feuerwehr in der Regel dabei. Also wir gucken jetzt noch mal, wie es ihm geht. Augenscheinlich sieht er recht gut aus. Die Kollegen im Tierheim werden sich dann um ihn kümmern und werden sicherlich dann auch noch mal einen Tierarzt zur Rate ziehen. Der wird er gleich mit Wasser und Futter versorgt, damit er wieder ein bisschen vernünftig leben kann. Die Bart Agame ist gerettet. Jetzt nehmen Thomas Riesner und Linda Weingart, die Vertreterin des Vermieters, die restliche Wohnung genauer in Augenschein. Manche lassen wahrscheinlich nur noch den Müll da, den sie wirklich nicht mehr brauchen oder wo sie der Meinung sind, benötigen es nicht mehr und nehmen nur noch ihr Hab und Gut, was sie vielleicht in die nächste Wohnung mit reinnehmen können wird. Ja, und den Rest dürfen wir uns dann kümmern. Die Frau scheint abgehauen zu sein, weil sie wahrscheinlich den Räumungstermin gelesen hat oder mitbekommen hat und sich auch wieder den Konsequenzen entziehen möchte. Letztendlich würde das nicht gelingen. Es ist eine Frage der Zeit, da finden wir letztendlich alle wieder. Weil sich letztendlich jeder melden muss, um eben seinen Lohn, seine Rente, sein Geld vom Arbeitsamt zu bekommen. Deshalb ist es eine Frage der Zeit, dass man ihn wiederfindet. Die verwertbaren Reste werden auch hier wieder eingelagert, so wie es beim Urteil sofortige Räumung üblich ist. Mehr als einmal hat die Hausverwaltung versucht, diesen Ausgang abzuwenden. Ich glaube, dagegen kann man nichts tun. Wenn die Leute sich einfach strikt wehren zu zahlen, haben wir halt nur die Möglichkeit anzuschreiben, zu bitten, einen Wohnungsbesuch vielleicht auch vorab zu machen. Aber man weiß ja, wenn die nicht aufmachen, dann kann man nichts tun. Dann ist man ein bisschen einem die Hände gebunden. Alles, was dem Gläubiger dann bleibt, ist sein Recht beim Gericht einzuklagen. Und das wird für den Schuldner immer teuer. Zurück in Mannheim. Frank Theis ist mit einem Zwangsvollstreckungsauftrag auf dem Weg zu einem Geschäftsinhaber. 2500 Euro für eine Warenlieferung sind offen. Der Gerichtsvollzieher kennt den Schuldner. Er war bereits bei ihm, um das Geld für andere Gläubiger einzutreiben. Wird der 52-Jährige heute den Großteil der neuen Schulden einkassieren können? Eigentlich muss ich mich hier nicht umgucken. Ich kenne mich hier sehr gut aus mittlerweile. Das ist ein Zwangsvollstreckungsauftrag gegen eine Firma. Halli, 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 Halli. Da bin ich ja hier richtig. Ist da jemand verantwortlich? Ich bin der Ehemann. Von so einem Herrn, ähm... Ach, vom B***er. Ja, sie kennen. Ja, ich stehe hier nicht so beschissen. Ja. Das ist doch in Ordnung. Als treu, sorgender Vater. Seit wann bist du denn Vater? Weiß ich aber gar nicht. Echt schon? Ja? Ach, guck. Schau an. So sieht das aus. So, ich hab mal wieder was. Was ist denn bei euch wieder? Ja, weil es läuft schon wieder in eine schlechte Richtung. Also das ist jetzt ein neuer Auftrag. Der Geschäftsinhaber kämpft seit Jahren mit Schulden. Bislang konnte er seine Gläubiger mit Teilzahlungen oder Zahlungsvereinbarungen davon abhalten, einen Insolvenzantrag zu stellen. Das ist auch heute seine Taktik. Als hätte er den Besuch des Gerichtsvollziehers erahnt, zieht der Schuldner ein Bündel Bargeld aus der Tasche. 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17. Woher die Leute das Geld haben, wenn sie bei mir bezahlen, frage ich überhaupt nicht. Steht mir nicht zu. Wer auch blöd spielt, auch für mich keine Rolle. Wenn ich das Geld habe, habe ich es. Ende. Und so bleibt es auch das Geheimnis des Geschäftsinhabers, woher das viele Bargeld kommt und wie viele Schulden er insgesamt hat. Bis dann. Tschö. Ich habe jetzt erstmal eine Teilzahlung bekommen. Ich kann hier immer nur Bargeld vollstrecken, weil die GmbH an Möbeln oder sonstigen Werten hier nichts hat. Jetzt habe ich 1.700 Euro vollstrecken können. Reicht natürlich nicht. Aber es ist ein Anfang. Das jetzt erstmal zu mir ins Täschieren. Hoch-Sicherheitstrakt. Und dann geht's weiter. Jeder zehnte Deutsche kann seine Schulden nicht zahlen. Doch wer rechtzeitig mit dem Gläubiger spricht, kann sich eine Menge Ärger und zusätzliche Kosten ersparen.